Kaffee, Kaffee Ja, ich wollte heute nicht frech sein Was sagst du zu Meckes und Brokkoli? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich mag Meckes Ja, ich mag da Cheeseburger essen Und ich mag auch Brokkoli Aber ich komme mir nicht mit Brokkoli im Cheeseburger Okay, was ist das mit Meckes? Ach so, aha, aha Ja, nee, von Brokkoli Ich halte nichts Diesen anderen Brokkoli Ich brauche das nicht Ich will das nicht Ich mag das nicht Lass das lieber sein Bald wird das legalisiert, Kurve Ist das meine Seine Hi Mit ihm mache ich ein Skinshot auf der linken Seite des Telefonbildschirms Ähm, wie bitte? King Kylie verwirrt mich auch Meckes, Brokkoli und Sonnenblume Ja, okay, see Selamat malam Selamat malam Ich habe gerade etwas dazu gesagt Frag das nächste Mal vielleicht wieder Nein, habe ich nicht Hallo, Indonesien Auf die Feierabend Ich weiße es Ich weiße es Schleube Dasblume Nein, Ephraim, ach, manche Leute machen mich müde. Ich habe genug geschlafen. Warum sind meine Worte gelöscht? Denk mal darüber nach, Wolfs. Es ist nicht ohne Grund. Deine zwei Kommentare kamen hier durch. Wie alt und woher? Das interessiert hier keinen. Das interessiert hier einfach keinen. Die Kommentare habe ich gelesen, keine Sorge. Ja, die Dankeschön bist du im Herz. Hier muss mal etwas Neues her. Thomas, ja. Na, was kann man noch fragen? Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Das ist eine schöne Blondie. Ich küsse sein Auge. Ja, die Dankeschön. Das ist aber eine Frage von dir und Antworten, weil ich nicht mehr frage. Du bist sehr hübsch. Dankeschön. Und das ist unser Sackstuh. Hä? Okay. Hannover, seid ihr jetzt glücklich? Ja, aus diesem Drecksloch komme ich her. Oh, ich hoffentlich bald nicht mehr. Jetzt werden sie alle in Hannover um dieses Drecksloch. Habt viel Spaß. Hallo, wie geht's? Danke, gut zum Tier. Ich bin nicht müde. Ich habe genug geschlafen. Du bist kein Deutscher, sonst wolltest du mich blockieren. Hä? Wäre ich eine Deutsche, dann würde ich dich blockieren? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Sicher, sicher. Hallo, Youssef. Guten Morgen. Meine Deutsche Mädels sind böse. Ich habe einen langen Geduldsfaden, mein lieber Wolfs. Hallo, schöne Frau. Hallo, Joachim. Was geht? Ach, nichts bei dir. Oh, Dankeschön für Fingerherz. Dankeschön für die Geschenke. Danke, danke. Ja, komm, so radikal ich bin nicht so zack, blockiert, zack, blockiert. Ihr seid doch meine lieben Zuschauer. Was soll denn das mit dem... Nein, das geht jetzt. Vielen Dank.